Hi, ich bin Kathy, Education Manager bei Goldwell. Wir sind hier in Spanien im wunderschönen Valencia, um ein ganz besonderes Event zu feiern. Trend Zoom. Jedes Jahr bringt Goldwell eine Trend-Kollektion heraus. Und Friseure aus der ganzen Welt haben die Möglichkeit, ihr Talent in einem weltweiten Wettbewerb zu zeigen, der heute hier stattfindet. Das Styling-Produkt, für das du dich entscheidest, spielt eine ganz besondere Rolle für jeden Look. Denn das Styling und Finish ist der Rahmen deines Kunstwerks. Goldwell Styling bietet dir die kreative Freiheit, jeder deiner Kreationen deine eigene Handschrift zu verleihen. Der Wettbewerb ist vorbei. Die Bewertungen sind abgegeben. Mit Spannung wird jetzt die Präsentation der Ergebnisse am Abend erwartet. Hier ist er, der Tag, auf den wir alle gewartet haben. Die letzten Vorbereitungen für die große Trend Zoom-Show heute Abend sind in vollem Gang. Und jetzt ist es auch an Goldwell Styling, für unser Trend Zoom-Team das Beste herauszuholen. Mal sehen, wie die Teammitglieder das sehen. Während der Vorbereitungen, die gerade laufen, wie wichtig sind da für dich die Goldwell Styling-Produkte? Gerade in der Vorbereitung von so einer großen Veranstaltung und beim Arbeiten so viele Modellen, ist es für mich wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, individuell auf jedes Modell, auf jeden Haartyp eingehen zu können und dort ein Styling zu machen. Eigentlich die Individualität, die mir das bereits breite Spektrum von Goldwell Styling bietet. Goldwell Styling für mich ist einfach sehr wichtig, weil ich doch sehr viel auf Shows unterwegs bin. Und für mich einige Produktgruppen eben dabei sind, die für mich unentbehrlich sind eigentlich auf jeder Fashion Show und auch im Salon zum Arbeiten. Ich sage mal so, es braucht auch jeder Haarstyle sein spezielles Produkt, weil natürlich auch die Typen und die Haare unterschiedlich sind und deshalb auch die verschiedenen Produkte stärken, Halt und Festigkeit stärken und dadurch kann man das auch sehr defizil einsetzen. Styling-Produkte sind extrem wichtig. Man muss die Haare glätten, ihnen mehr Glanz geben oder auch mehr Schimmer. Somit ist das Styling sehr wichtig, um der Show mehr Tiefe zu verleihen. Gleichzeitig darf das Haar aber auch nicht überbeansprucht aussehen. Ich finde, dass Goldwell Styling das alles sehr gut erfüllt. Also müssen die Styling-Produkte optimal funktionieren. Gibt es ein Detail, das auf der Bühne ganz besonders hervortreten muss? Wir haben zwei Welten. Die eine Welt ist eher glatt und sehr glänzend und wir haben hier viele verschiedene Produkte, die wir benutzen. Die andere Welt ist dagegen eher wilder, mit viel gewähltem und gelocktem Haar, weshalb wir hier Styling-Produkte benutzen, die besser zu dieser Welt passen. Wunderbar. Es ist auf jeden Fall beeindruckend. Die Models sehen großartig aus. Viel Glück für die Show heute Abend. Danke. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Endlich ist es soweit. Die Nacht, auf die über 1000 Friseure aus der ganzen Welt gewartet haben. Die internationale Präsentation von TrendZoom 2009. So, meine Arbeit ist getan und ich kann die Show in vollen Zügen genießen. Und ich kann die Show in vollen Zügen genießen. Und ich kann die Show in vollen Zügen genießen. Und ich kann die Show in vollen Zügen genießen. Und ich kann die Show in vollen Zügen genießen. Und ich kann die Show in vollen Zügen genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020